Ihr, ja, könnt ihr mal abhauen hier, also ich muss das jetzt hier festschrauben, äh, hallo, ich muss das hier festschrauben, weil unsere Westies das einfach immer, au, abfressen hier, ja, ein bisschen leere, die Burschen, die können auch schon mit Werkzeug umgehen, könnt ihr mal abbauen, hallo, 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 so, geh mal weg hier, hallo, hallo, so, schraub mal det ja schnell fest, au, du still, guck, so, das Nummer 1, da könnt ihr aber noch nicht mehr wegziehen, nein, ich bin nämlich auch schlau, ne, ich bin kein Westie, aber ich bin trotzdem schlau, schau, so, hier darf man nichts liegen lassen, wenn man das jetzt hier liegen lassen würde, dann ist das nämlich sofort weg und Schrauben sind nicht gesund für kleine Hunde, hallo, hallo, na, nein, Hallo, da kann man nicht dran beißen. Hau mal ab. Darf ich mal bitte? Das ist Nummer zwei. Das könnt ihr nicht mehr abfressen. Hier sind die Schrauben. Ja, hier sind die Schrauben. Hallo, Illa. Ist gut. Darf ich? Die Nase weg. Das ist schon mal gut. Bombenfest. Hier noch eine rein. Ja, ich bin clever. Ich bin Mensch. Wo ist es denn? Habe ich denn noch Schrauben? Nein, Futter habe ich hier. Hier sind Leckerchen. Da. So. Hallo. Die Rübe weg. Freunde. Auf. So. Und einmal hier noch. Ne. Hier sind die Schrauben drin. Ne. 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 Na. Man muss wissen. Wenn man Westis hat. Dauert alles etwas länger. Ja, weil die Burschen ständig dabei sein wollen, ja, die müssen einfach helfen, das ist so, ne, die müssen einfach helfen, da sind ja auch sehr leere Gerüte, so, wenn man lange genug arbeitet, wird man uninteressant, das ist auch freundlich, aufpassen, dass ich nicht auf euch drauf trete, fertig, das haben wir gut gemacht, ne? Vielen Dank.